herzlich willkommen zur 50 folge mit dem felix ich hoffe sie eben reicht ich weiß nicht wie viel wie viel platz für die links brauchen dann für die stromanlage das problem ist halt ich weiß auch nicht mal was wir jetzt überhaupt noch so für möglichkeiten haben um vernünftige stromproduktion aufzubauen es gibt ja den ok das heißt dann gucke ich mir den gleich mal an weil es gibt ja den von von power gibt es da doch auch irgendwas ober energy cell reaktor dann würde ich sagen dann probieren wir gleich mal den reaktor aus ok warte mal wir sollten uns jetzt überlegen probieren wir den reaktor vorher aus oder probiert den reaktor später aus weil ich sage mal so wenn ich das jetzt alles planiert habe beziehungsweise aufgefüllt habe und der reaktor funktioniert nicht so wie ich das denke und ich habe mir ganze scheiße in die luft dann führe ich wieder auf wasser bewegen und den da testen das wäre eine maßnahme vielleicht sollten wir einen sprengen sicheren links außenrum bauen ein kurvus außenrum bauen aus dürtel so sprengen sich und da ja ich meine wir können auch das nehmen wovon wir der meisten haben schafe ich glaube dass wir von kohle mehr haben als von schafen aber ja ich könnte jetzt was sagen aber das was ich lieber ich glaube du weißt was ich sagen würde ich glaube auch aber ich weiß es nicht 100 prozentig ich hoffe ich habe mich mit 1000 wird verschützt weil ich habe mich nur 800 wird natürlich jetzt sehr tragisch wenn du wieder mehr dort hören müsstest das war sowas von der lüge hast du dafür ist jetzt 2200 und das 8 ist jetzt was du kannst noch hingehen ja das erstmal dafür soll dass das system leer genug ist dass ich meine essenz wieder das system fliegen kann ich will nicht durch das loch fallen ich will durch das loch fallen okay das war's dürret ist allete ja mein amazon paket wurde geliefert schön ja das ist das dritte paket ich erwarte jetzt noch zwei pakete eigentlich heute also es müssten heute eigentlich theoretisch fünf paket ok ok aus 824 dort draußen gesagt ich habe ich korrigiert das ist dann ja das könnte lustig werden ich weiß nicht wie spiel ist das jetzt 19 30 na gut zwei stunden lang liefert amazon hier bei uns aus ich habe unter umständen vergessen dass ich so dass das wird auf halber strecke der gang ist und gerade war jetzt noch gefallen da geht es schnell ok die ebene ist damit dann ausgehoben ausgehoben ich dachte auch gefüllt ja auf wo ausgehoben aufgefüllt eigentlich alles an der einstelle muss sich auffüllen auf der anderen stelle musste es aus dem ist ja das einfachste ja richtig dass das ist richtig so lange ist kein holz da brauchst du dieses tolle siegen teile von infinity so dann wollen wir mal gucken etwa für nator reaktoren was da kommen die vier reaktoren raus ich gehe mal ich brauche 32 glücke von den dingen hier von reaktoren wirken ok deswegen kommt auch vier aus was fehlt mir da und granite hast du granite essenz ja hat denn diese kabel die mitten das meine sogar durchlaufbar sind die wir auch da irgendwie mal hingesetzt hast du jetzt schon gut an den rand geschoben habe so uranite davon hoch das waren uns 48 waren das sind 48 ok so verdammt wieviel ich will kann es glaube ich brauche ich bin nicht zu 32 also 36 blöcke ich ahne böses ich glaube ich gehe doch noch mal wieder weiter weg ach so ich dachte jetzt irgendwas anderes moment ok das ist also ein reaktor uranite carbon das heißt da muss auch kohle rein da muss auch westland rein da muss coolant rein wir brauchen schon coolant einmal kurz katschisch boom und dann passt das redstone carbon uranite ok das heißt wir brauchen ich nehme mal ein bisschen redstone mit ein bisschen uranite mit ein bisschen uranite ein bisschen redstone redstone uranite was habe ich noch gesagt ich muss mal ganz kurz ok Okay. Mein Nachbar hat mir was festgebracht. Ah ja. Gebackene Zucchini. Hast du denn bitte für den Nachbarn gemacht, dass du das bekommst? Zucchini mitgebracht. Achso. Oh man, das riecht doch echt nicht schlecht. Achso, genau, und Carbon. Vicano, moin moin. Warte mal, hab ich mich das genoten? Nee, hab ich nicht. Nein, man hört dich. Also zumindest bei mir. Okay, Uranite ist drin. Using 0,5... Achso, der wird das immer... Alter, der wird ja schnell warm. Warte mal. Schnell wieder aus, sonst haben wir gleich ein Loch im Boden. Moment, warte mal. Ah, okay, so kann man ihn ausmachen. Gut zu wissen. Man hat schon den Schweiß eigentlich von dem Kopf drauf gehört. Ja, Redstone. Fuel consumption plus 120 Grad. Und was bringt das jetzt hier? Carbon. Effizienz plus 180 Grad. Aha. Ach, der produziert schon. Generating 1KRF. Also explodiert. Moment. Also er ist gleich auf maximale Temperatur. Aber... Ich hoffe, du hast ein einmal Wasser rübergekippt, dass der, wenn der explodiert, den Boden nicht wegreißt. Er kann nicht explodieren. Und der ist sogar automatisch, wenn der Reaktor voll ist. Ähm... Mit Energie hört er automatisch auf. Okay. Wenn ich jetzt die Abreise... Ah, da fällt alles raus. Okay. Geiles Teil. Mega geiles Teil. Felix, wir brauchen mehr Uranite. Okay. Was ist das hier vorne? Ach, das ist schon Inszenium Farbenland. Ich hau da vorne mal auf das Farbenland Uranite drauf, ne? Viel Spaß. Ich habe Spaß mit meinem privaten Skelett hier unten. Okay, dann will ich nicht sterben. Vielleicht mal aufrehen sollte, auf mich zu schießen, weil sonst haben wir das Skelett weniger. Oh, ich bin so gut in diesem Spiel. Ich bekomme einfach von jedem Tier oder von jedem Viecher einmal Köppe getroppt. Okay. Ja, drei Zombie-Köpfe und einen Skelett-Kopf habe ich jetzt schon mindestens getroppt bekommen, wenn ich nicht sogar mehr. So, dann machen wir Uranite. Dann bin ich ja mal gespannt. Davon mehr als Uranite machst du nicht, weil ich mein System gleich wieder aufhören darf. Ja, da kümmere ich mich jetzt um. Dauert noch ein bisschen länger, weil irgendwie noch Leitungen hier mitten im Weg sind. So. Storage. Wo waren der? Okay, da ist der Fehler. Okay. Dann Storage. Ach, ich brauche mehr. Wettstorm. Kein Wettstorm. Oh, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nach oben muss zum Kurven. Tragisch, wenn man vorher mal einfach unten drauf gucken konnte und jetzt nicht mehr noch. Das System ist voll, Felix. Mach mal was. War doch klar, wenn du da irgendwas automatisch auf das Feld drauf schmeißt. Ja. Vorher war kurz auf knapp. Ja. Ja, alles gleich. Sollte gleich passen. So, vielleicht soll ich vorher noch mal schlafen hier, wenn ich schon mal hier bin. Schön mit einem Wettstorm in der Hand. Also, 4Ks Deutschpart. So, und da hapert es jetzt an Basic Prozessoren. Und da schalte es an Prozessor-Bindings. Und da schalte es jetzt an das Schleimbellen. Das ist gut. Was? Wann scheitert es jetzt? An Silikon. Echt jetzt? Oh, ich weiß nicht, Leitung hier. Das ist Wahnsinn. Aber es wird gleich besser. So. Warte mal. Kann man den eigentlich upgrade. Base Power, Prozess Energy, Increases Prozess Speed, but reduces. Hast du die da reingepackt? Hat nirgends für irgendwas reingepackt? Also, deine Öfen meint oder so. Ich war nur mal Sachen dran und darf ich auch nicht rein. Nichts reingepackt. Okay. Fast Filter, Mimic Picker. Fast Filter, Mimic Picker. Das muss doch nicht mit Sicherheit irgendwas geben für Speed oder sowas. Wie heißen die da? Trimmer Serious. Speed Charm. Okay. Es gibt doch nichts für Speed. Na gut. Egal. Weiter geht's. Storage. 4K. 4K. 5K. 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 16K. Da brauchen wir die hier. Okay. Das wird nichts. Ich brauche viel, viel, viel mehr von dem Kram. Was hat da jetzt gefehlt? Immer noch das Silikon, ne? Zertus Quarz oder Neter Quarz? Dann muss ich mit den Zertus Quarz oder Neter Quarz mal in größeren Mengen herstellen. Wieder vorbei gelaufen. Zertus Quarz Essenz. Zertus Quarz Essenz. Neter Quarz Essenz. Ich glaube, das ist ein bisschen Platz. 5.000. Ja, auch 2.000. Eisenzeug. Römer und Pfeffer. Okay. Ja, gut. Das ist ja gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass man da mal ein automatisches System rüberlegt, dass du dann direkt Korf kannst und rüberschieben. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen, die ich machen muss. Okay. Etpova. Etpova. Das heißt. das heißt. den Spirited Rrrr, Reraktor. Nitroreaktor bekommen wir ja nicht hin. Genau. Nitro war das teure Zeug. Genau. Das heißt, das heißt, das heißt ich brauche es küsstens und das waren auch das waren die teuren dinge aber da haben wir trotzdem welche davon brauchen jetzt richtig viel wobei ich dazu sagen muss der reaktor ist eigentlich für das was er leistet also wir haben keine witzung mehr viel zu günstig ok wirst du uns komplett leer ist doch klar die einzigen felder die noch existieren sind die bei dir da oben und da sehe ich kein red center auch von daher das schon mal vorbereitet wir brauchen definitiv deutlich mehr emmels wir brauchen dort jemanden wir brauchen das du noch genau so er muss auf alle fälle und wir müssen mal schauen dass ich die energizing worts dann auf ordentlich power hochsetzen tja auch mal auflade stationen werden definitiv gebraucht was kosten denn diese energizing worts also die musste auf kraft 1200 machen die das mit der nächsten folge weitermachen ist doch schon hier soweit dann würde ich sagen unsinn bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss